bevor das video beginnt möchte ich euch meinen neuen partner vorstellen und zwar die ewf online wrestlingliga die ewf ist eine online wrestlingliga die jede woche wrestlingshows in form von konzonenwrestling live streamen es erwarten euch dort viele player versus player matches und jede menge spannende shows falls ihr interesse daran habt dann klickt auf den link in der beschreibung und ihr kommt direkt auf die youtube seite der ewf so ach du scheiße so so gibt es da eigentlich immer nur geile matches wieso gibt es da nur geile matches super dragon gegen mao nao michi mara fuchi london kendrick gegen american wolves harper gegen peck random kenny omega und kevin owens gegen jay und mark brisco brisco brothers die ex champs ja im hauptkampf der world gegen den singles champ da super dragon arbeitsverweigerung begangen hat bekommt er noch eine chance gegen nao michi mara fuchi das erste match von ihm was wir gesehen haben das wäre wirklich massiv kandidat geworden es wäre wirklich ein massiv kandidat geworden hätte er sich nicht dazu entschieden dass arbeitsverweigerung vollzieht hoffentlich jetzt nicht gegen nao michi mara fuchi so jetzt aber super dragon gegen nao michi mara fuchi fängt schon gut an mit einem powerslam und das strategische chainwrestling am anfang garantiert immer ein gutes wrestling match und von das was wir ja von super dragon gesehen haben im ersten match schon war es ein sehr sehr gutes match diesmal so hat sogar super dragon die hand oben am anfang und schöner butterfly suplex also full nelson suplex war das ja nicht butter oh was ein spinning hill kick von nao michi mara fuchi und ein dropkick hinterher rumpenpackage suplex mit dem cover geht aber nur bis 1 und was ist das super dragon geht einfach raus super dragon verpiste ich einfach super dragon verpiste ich einfach also das ist doch das ist doch Arbeitsverweigerung vom feinsten was soll das super was soll das was soll das er will uns nicht zeigen was er kann das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht super dragon das gibt es doch nicht nein was soll das super dragon lässt sich einfach auszählen super dragon lässt sich einfach auszählen wieso 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 ich verstehe das nicht wieso will super dragon uns nicht zeigen was er kann also er kann kein match wirklich zu Ende bringen also er will es einfach für uns nicht er will es einfach nicht wieso 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 nicht Dann kommen wir zum simulieren, London und Kendrick gegen American Wolves, gewinnt die American Wolves, Harper gegen Peck, gewinnt Peck, ich glaube das war sein erstes Match jetzt, Kenny Omega mit Kevin Owens gegen die Brisco Brothers, gewinnen, Kenny Omega und, ja, ok, ja, Alistair Black gegen Edgey Stiles, gewinnt, Alistair Black, na hi der Witzke, das ist ja mal spannend.